Heute bei Vielmann Der Kundenzufriedenheitscheck Der Kundenzufriedenheitscheck Kommen Sie mal kurz her Also, wo haben Sie denn so Ihre Brille her? Von Aqua Optics, sieht man doch, oder? Warten Sie mal kurz, sind Sie sich da ganz sicher? Überlegen Sie das vielleicht mal ganz kurz? Oh ja, meine Brille ist von Vielmann Also, woher haben Sie denn Ihre Brille? Natürlich von Vielmann, wohl denn sonst Und sind Sie auch zufrieden mit ihr? Nicht wirklich, eigentlich ist die Qualität scheiße Denken Sie doch mal genau nach Natürlich ist die Qualität super Und, wie ist die Qualität? Scheiße Überlegen Sie noch mal ganz sicher Wir haben da hinten ein paar Freunde Überlegen Sie das, was ich brauche Sauber, schön Wow, ich kann so scharf sehen Hier steht eine Person und hier Und Mann ist sehr schön Brille Vielmann Mit Geld spielt man nicht